Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Novena zum Segenwache vom Allgäu, Augustino Siba. Neunter Tag. Zu Ehren der Wunde der rechten Hand. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde der linken Hand. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde des rechten Fußes. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde des linken Fußes. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde der rechten Seite. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache. Der Liebesflamme des unbefleckten Herzens, Maria, deiner so sehr geliebten Brot. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache. Der Liebesflamme des unbefleckten Herzens, Maria, deiner so sehr geliebten Brot. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache. Der Liebesflamme des unbefleckten Herzens, Maria, deiner so sehr geliebten Brot. Einleitungsgebet für jeden Tag. Lieber guter Pfarrer Hieber, du hast während deiner Zeit als Seersorger vielen Menschen helfen dürfen. Schau jetzt auf mich und mein gegenwärtiges Anliegen, Anliegen nennen. Bitte bei Gott für mich, dass ich von allem Bösen, von Krankheiten, allen falschen Bindungen und Verstrickungen befreit werde und bewahrt bleibe. Hilf mir zur Versöhnung mit Gott und mit allen Menschen, um eine neue Zeit des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe einzuleiten. Segenspfarrer Hieber, hilf, begleite und segne mich und meine Familie. Pfarrer Hieber, bitte für uns. Amen. Lieber guter Pfarrer Hieber, ich habe neun Tage vertrauensvoll mit dir in meinen Anliegen gebetet. Ich vertraue und glaube, dass du dein Weg, wie du es selber gesagt hast, vom Himmel aus noch wirksamer weiterführen kannst und wirst. Weil du vom Glauben zum Schauen gelangt bist. Ich danke und preise mit dir, dem Vater, mit dem Sohn und dem Heiligen Geist. Hilf mir bei meinem Beten. Amen. Vater unser, da du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der mir in Pfarrer Hieber einen großen Helfer geschenkt hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflut die ganze Menschheit mit dem Gnadenwürgen deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der mir in Pfarrer Hieber einen großen Helfer geschenkt hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflut die ganze Menschheit mit dem Gnadenwürgen deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der mir in Pfarrer Hieber einen großen Helfer geschenkt hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwürgen deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der mir in Pfarrer Hieber einen großen Helfer geschenkt hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwürgen deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der mir in Pfarrer Hieber einen großen Helfer geschenkt hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwürgen deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der mir in Pfarrer Hieber einen großen Helfer geschenkt hat. Heilige Maria, Mutter Gottes und unsere liebe Mutter, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwürgen deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der mir in Pfarrer Hieber einen großen Helfer geschenkt hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwürgen deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der mir in Pfarrer Hieber einen großen Helfer geschenkt hat. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der mir in Pfarrer Hieber einen großen Helfer geschenkt hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwürgen deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der mir in Pfarrer Hieber einen großen Helfer geschenkt hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwürgen deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Schlussgebet Allmächtiger, ewiger Gott, du hast deinen Diener, Pfarrer Augustinus Hieber, zum guten Hirten für deine Herde bestellt und ihn mit großen Gnadengaben beschenkt. Ich bitte dich, erhöre mich auf seine Fürbitte und schenke mir die erbietene Hilfe in meinem gegenwärtigen Anliegen. Ich berufe mich dabei auf das Heilige Evangelium, in dem es heißt Alles, um was ihr in meinem Namen bittet, werde ich tun, damit der Vater im Sohn verherrlicht wird. Johannes 14,13 Alles für dich, alles mit dir, dein Wille geschehe. Dein Wille geschehe. Lob und Dank, Preis und Anbetung sei dir, Gott, dem Vater, mit dem Sohn und dem Heiligen Geist in aller Ewigkeit. Amen. Gebet um Seligsprechung Guter Gott, ich danke dir für die großen Gnadengaben, die du Pfarrer Augustinus Hieber geschenkt hast. Auch nach seinem Tod hast du unzählige Menschen die Kraft seiner Fürbitte erfahren lassen. Indem du ihnen in ihren zahlreichen Anliegen und Nöten geholfen hast. Ich bitte dich durch deine unergründliche Liebe zu uns Menschen, um zahlreiche Priesterberufungen und um die Seelessprechung unseres guten Segensfachers vom Allgäu. Amen. Gelobter Jesus Christus In Ewigkeit. Amen. Maria mit dem Kinderlied Uns allen deinen Segen gib. Amen. 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 Amen.